Karte 10, St. Michael's Medical Center. Jo, und diesmal müssen wir wieder mal Leute retten. Und sogar eine bestimmte Person. Das ist ja... Wow, ist das. 12. April, da kommt doch fast hin. Ja. So. Da liegt einer. Ui. Willst du rein? Nein, da läuft einer. Hinten durchsteht einer. Den sehe ich von hier. Mach mal die Tür auf. Ach, da ist er. Da ist er. Bleib stehen. Jetzt ist er tot. Der war aber auch dunkel. Nicht so zu einer sein. Gott, diese dramatische Musik. Du, 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 du. Talk, this is Entry, talk, this is Entry Team. Denkst du mir noch einer sein. So, mal um zu gehen zu gehen. Ja. Thank you, Harry. We're reporting live just a few blocks from St. Michael's Medical Center. Die Schnauze, die blöde Reporterin. Wo musst du hin? Keine Ahnung. Talk, this is Entry Team. Suspect killed. Suspect killed. Das bin ich immer am geilsten. So ganz kurz. Suspect killed. Jo, der ist tot. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier unten lang. Äh, was ist da? Du darfst mir nicht rein. Das ist doch kein Projekt. Ist mir egal. Ich gehe da jetzt rein. Vielleicht ist, da ist auch eh nichts drin. Ne, ist auch nicht. Sie haben alle den hässlichen Fischbildschirmschoner. Boah, man kann sagen, hier ist er. Das war dein Schatten. Mein Schatten wird dich vernichten. Ist hier noch jemand drin? Nö. Warteraum. Teddybär. Taschentücher. Warum sind hier so viele Taschentücher? Teddybär? Wo? Hier. FÜES! POLICE! Fertig? Haben wir das dann auch erledigt? Wir können mal links gehen. Da war noch eine Tür. Ah, okay. Okay. Hier muss man nicht immer mal die Tür durchgucken. Ah, da ist ein, äh, ein Treppenhaus. Da geht runter. Geh doch mal da lang. Oh mein. Ich mag keine Treppenhäuser. Wo haben wir die so die Treppe runter? Gleich. Hm. Aber das ist auch eine Tür. Autopsie. Okay. Ich hätte gerade einen gesehen gehabt. Vielleicht bin ich im Gang. Ja. Oh. Jetzt fällt die Flasch auf den Korb. Wow. Interessant, wie ich beide Töne machen kann. Ja. Ja. Das war ganz lustig. Die Flasche hat sich auf den Kopf geballert und wenn wir ihn abgeschossen haben. Interessant, um zu sprechen. Wir haben einen Suspekt runter. Roger das. Du bist bei mir von dem... Are you police? Da ist einer da drin. Pass auf! Ha 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 ha. Da ist noch einer. Ja. Der hat sie hier geben. Nein, das ist eine Geisel. Nicht abknallt. Das war eine Geisel, was die Geisel angeschossen hat. Er wird noch. Ja. I'm with the UN. Ja, genau. Oh, das war sogar der Geisel. Ach, deswegen ist er mit der UN. 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 I'm with the UN. I'm with the UN. Suspekt, move to 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 the UN. Stay sharp. Was? Wuppen, move to the UN? What the fuck? So, hab ihn. Also, deswegen hab ich die Geisel nicht komplett erschossen. Komm, wir gehen mal in die Dusche. Suspekt secure and ready for you. Oh, ja. Du musst auch fallen. Roger. Waiting for you all clear. Entry Team to talk. 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 Notifying EMT. Anzug... So ne Anzug. So einen Anzug. Guck mal, da hat der Hildo einfach nicht die Seife fallen lassen. Hier liegt die Seife. Hat jemand fallen noch? Schau mal auf. Nein. Ich muss weglaufen. So. Was ist hier? Da geht's weiter. Has schon einer geportet, die wir hier abgeknallt haben oder nicht? eigentlich ja die auf dem Flur noch nicht hab ich jetzt aber Tür? Autopsie da wird wohl keiner drin sein wer weiß obwohl es gibt ja Leute die stehen auf sowas Necophile? Ja Ich war ja auch schon mal im Leichenhaus also das meine ich ernst Du musst es ja für deine Ausbildung Ja richtig Ne, sind wir einmal durch Ja Dann können wir wieder hoch gehen Ist ja nicht sonderlich groß die Karte Ne, von da sind wir nicht gekommen Die müssen nochmal vorsichtig sein Talk, this is the entry team I have an injured civilian ready to evacuate Roger that, EMT standing by Oh, davon dass wir waren Wir waren aber Da ist die Autosie 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 Na klar Doch Gott bin ich langsam Ich hab die Lustung geändert Ich hab mir die Schwere an Ja, ich hab immer noch die Leuchte Ich dachte das ist für die Letzte Mission Wir haben gesehen das ist nicht mehr so viel Vielleicht praktischer ein bisschen Verteidigung zu haben Da wir eh nicht gerade durch die Level rasen Nein, wir machen das ja auch so Einigermaßen taktisch Einigermaßen Nicht immer aber immer öfter Taktischer als bei Rainbow Six Naja Bei Rainbow Six hat mir das mit dem Granatenwerfen besser gefallen Ja Dann musste man die nicht auswählen Das hat mir immer besser gefallen Hm, warte ich guck mal kurz drunter Damit ich sehen kann, ob da links irgendwas ist Das sieht man schlecht von durch das Fenster Meine Fresse Guck jetzt durch da Hm, ich seh da Ich seh da Doktor Meiser Meiser Hartford Machen wir mal Platz Doktor Markford Co-Founder Na ist sie denn So, ich mach mal auf Doktor Carreras Espinas Doktor Piñatas de la Concones Alter nouveau am Bein links Am Bein getroffen am Arm getroffen übelst Der musste an diesem Häuschen drin sein Sehen können Ainu nome Im deras Grab Ich bin weggelaufen. Hm. Keiner da. Da drin war einer. Da ist, dann ist der da gewesen. Du kennst also noch heiler, der hätte nicht durchgeschossen. Ne, stimmt. Stimmt. Nein, da kommt er. Die hinterher gucken. Der ist ein Gunman-Nisser. Wow. Wir sind weg. Talk, das ist Entry-Team. Wir haben einen totes Suspekt. Roger. Wir haben einen totes Suspekt. Was? Wir sind immer noch nicht alle. Objekt. Ich bin totes. Ich bin totes schneller als du. Ja. Bin ich auch angeschossen. Don't just stand there. Help me! Don't just stand there. Wir können auch einfach hier stehen bleiben. Und ein bisschen tanzen. Entry-Team, Talk. Wir haben ein DOA hier. Was ist ein DOA? Was ist ein DOA? Oh mein Gott. Ich kann einen von den Shootern sehen. Der ist ein Gunman. Ja, ja. Ganz hinten durch. Seh nicht. Doch jetzt. Ich bin dir furcht. Mein Fadenkreuz wird nicht mehr richtig. Wir gehen nicht mehr richtig zusammen. Oder es ist so. Ich weiß es aber nicht. ah scheiße nachladen nein hast du ihn? ja Aua, wurde auch getroffen aber nur am Arm und Kopf muss man nachladen und da jetzt weitergehen können wir in den Raum da rein den? wo du vorstehst, ja war da einer? ja, habe ich gewischt Kinderstation Pediatrie, wie heißt ja, Pediatrie Entry Team, um zu sprechen wir haben einen Suspekt jetzt wählen oh, jetzt ist ein Lopter oder kaputt das wird sich rechnen Mann, schießt er nicht mal rum haben sie einen Kind erschossen oder was? wenn einer schießt, denk ich, ist irgendwo einer die Fresse, Alter, was ist mit dem Bauch? was ist mit dem Bauch? das ist, äh, Flunzbacus was haben wir denn da? oh, ich die Anleitung mit Human-DNA Entry Team, um zu sprechen, es ist ein D.O.A. hier Entry Team, um zu sprechen, es ist ein Suspekt hier D.O.A., dead or alive, oder was? wahrscheinlich T.O.A., dead or alive, or alive, oder was? Roger that, trailers in EMTs are standing by Hey, I'm not looking for trouble Was ist der Musikwander sein? Oh, das war die Krankenschwester für die Kinderstation Guck mal, die hat so lauter Spielzeug-Sachen auf ihrem Dings, na, die ist tot über hier! Hilfe! Tür Ha 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 Es ist in der Luft! Geh runter! Scheiße, ich dachte ich würde sterben Geh runter! Geh runter! Nein Das ist ein Schatten Einfach dein Schatten Ich dachte das gehört zu dem gehört hier zu einem Oh, den hört doch zu einem! Oh, den hört doch zu einem! Ah, bring Autocaros fertig! Wunderbar! Das heißt, wir haben keine gas-tige Tariften mehr Ja, wir können es richtig rumlaufen und alles Oh Oh Perfekt Die Mission complete! Copy!